Grüßt Leute, ich bin euer Keesboy. Kommt ruhig, ich spreche, Gast? Die machen. Sag mal, hallo. Hallo. Äh, ja, Leute, heute machen wir mal wieder ein Ritual. Endlich mal wieder ein Ritual. Heute machen wir mal das Puppenkiller-Ritual. Und heute ist Freitag, Leute. Und das heißt, morgen kommen die 20 Videos. Auch mit meiner Schwester-Videos, ne? Hm? Und ja, Leute, heute machen wir mal das Puppenkiller-Ritual. Das Puppenkiller-Ritual geht so. Man sitzt, ähm, ich hab so eine Puppe von meiner Schwester genommen. Hallo. Hallo. So, Leute, dann machen wir einfach ein Puppenkiller-Ritual. Man muss die Puppe, ähm, reinsetzen. Und dann wird sie verschwinden. Und dann wird sie verschwinden, Leute. Und dann wird sie irgendwo verschwunden sein. Gucken wir mal, wo sie ist. Wir setzen sie jetzt einfach hier mal rein. So, wir setzen sie hier rein. Puppe, die geht jetzt hier rein. So, Leute, siehst du jetzt drinnen? Mach es so mal. Gut. Jetzt ist die Puppe drinnen. Und jetzt begeben wir uns gleich zu der Puppe. Ähm, zu der Puppe. Ein Wohl. Oh, nein. Und, ähm, wir geben uns jetzt gleich zu, ähm, also wir machen jetzt, so, ich muss fünfmal sagen, Puppe, hau ab. Komm, jetzt mal ab. Wir legen uns auf dem, wir müssen noch auf dem Bett hingehen. Gut, also, komm. Puppe, hau ab. Puppe, hau ab. Mach deine Augen zu. Puppe, hau ab. Puppe, hau ab. Mach die Tür, mach die Augen zu. Puppe, hau ab. 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 Okay, wir gucken jetzt. Ähm, guck mal, wir machen in den Schrank. Okay. Ist sie nicht? Leute, siehst du nicht? Ah, siehst du nicht? Schreiten. Oh, was hast du, hast du das gesehen? Ja. Wo ist sie? Die ist nicht in den Schrank drehen. Oh mein Gott. Leute, ihr habt genau gesehen. Das ist kein Fake. Ihr habt gelesen, ich hab die da rein gemacht. Oh mein Gott. Was jetzt? Guck mal, vielleicht am anderen Schrank. Welche ist sie da? Ey, hab Angst. Ich filme schon mal. Mama, mach mal auf. Ah! Mama, mach mal die Tür richtig auf. Mach mal die auf. Komm, zieh. Nein, komm jetzt. Mach die Tür auf. Ah! Leute, die ist da drinne. Oh mein Gott, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh mein Gott. Leute. Ey, wir beenden das Ritual hier. Wenn ich es mir gefallen habe, gibt es da noch um da. Dann sehen wir uns, wie es geht bei meinem Video. Heute kommen drei Videos. Peace. Dann haben wir mal bis zum nächsten Video.